Hallo und herzlich willkommen zurück zu Link's Awakening. Hi! Wir schalten sofort weiter um, ohne Momento Pufferball. Ah, jetzt ist die Cam wieder oben, jetzt muss ich die wieder verschieben. Weil die waren noch von Kurt Wayne so. So, dann wollen wir mal weitermachen. Mal gucken, mal gucken, ob ich auch jetzt den Weg finde, über den Schüssel kommen für den nächsten Tempel. Off. Mal gucken, ob wir heute kommen. Ob wir dann noch einen Stream brauchen zum Durchspielen, oder? Mal schauen. Weil hier ist der Schüssel. Ah, der Schüssel auch. Aber... Ich weiß hier auch schon, wo der ist. Dann wissen wir uns ja ganz lieber dran kommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt vergessen, wo er ist. So ungefähr. Spiel kann wieder ein bisschen leiser. Moment. So. Wieder weg. Ach, lol. Ach, lol. Guck mal, die so was ist. Stunnen. Gut. Ja, hab ich hier schon mal aufgesprungen. 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 Ich glaub nicht, oder? Ich glaub nicht, oder? Wir warten da sicher. Keine Ahnung mehr. Ja, das ist doch schon was länger her. Ach so. Ich denke mal nicht, sonst wär's halt die ganze Zeit offen gewesen. Ah ja. Ist ja so wild. Ähm. Ach so. Ich komm hier so gar nicht mehr weg, oder was? Prämium. Um weiter zu machen, ansonsten bin ich ratlos. Der Typ, der was tauschen will... Ja! Was? Aha! Aha! Typ, der was tauschen will... Das ist richtig, aber ich weiß ja nicht, was er tauschen will... würde und eigentlich von den items hier würde ich eigentlich ganz gerne alles behaupten. Oh, gut, vielleicht können wir ihm die Schaufel geben, weil springen brauchen wir ja noch. Ha, aber ich kann auch eine Buchheit lesen mit der Lupe, die wir haben. Was ist da? Ja, kann ein Eier im Irrgarten sein, das verstehe ich, wer will. Oh, ähm, äh, kann ich hier drauf schreiben? Ja, kann ich. Moment. Links, oben, oben, rechts, rechts, oben, oben, oben. Ich schreibe mir besser noch drüber Links Awakening, sonst habe ich wieder vergessen, wo es her ist. Ich mich kenne. So. Gut zu wissen. Von was machst du oben, sonst? Schnaufeln, hoch. Hier oben, gell? Meinst du? Oder was? Hat ich dich nicht schon geholt? Mir war so. In dem Wald mal nicht hoch. Das ist so gut mit dem Greifhaken. Äh, äh, da. Also, wenn du mich jetzt hier meintest, die hatte ich schon. Oh. Nein, ich... Oh. Wart nicht gemeint. Achso, ja dann. Okay, das meinte ich. Oh. 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 Ja gut, dann gerne mal gucken, ob der die Schaufel will oder nicht. Weil alles andere gebe ich eigentlich eher ungern her. Wenn ich ehrlich bin. Da hab ich die Sachen zu gerne. Weil neue Sachen irgendwie erkunden... Ne, wir haben ja eigentlich fast alles schon. Sonst müssen wir alle Höhlen nochmal abklappern. Und die muss ich dann endlich mit dran denken, dass ich die ganzen Sachen schon mitgenommen habe. Also, markieren irgendwie, dass wir Sachen schon haben. Weil ich weiß noch, dass wir jetzt nicht viel sind. Juppie. Okay. Letztens den Podcast auch gehört, wo über das Spiel gesprochen worden ist. Und das ist ja früher, dass man immer nur eine Sache ausgewählt haben konnte von denen hier. Also nicht mal wirklich... Also nicht mal Schwert oder Schild. Sondern halt immer nur statt des Schwerts das Schild und statt des Schwerts die Bombe. Und dass man gar nicht verteidigen konnte und schlagen konnte. Sondern halt... Ja. Sondern halt nur... Ach Gott, wo geh ich jetzt rein? Halt nur eine Sache machen konnte. Das finde ich hart. Also wesentlich härter, dass wir es uns jetzt gemacht haben. Ja, verstehen uns also die Remakes ein bisschen... einfacher gemacht werden. Äh... Reichtfahrerspielen nicht. Glaub ich. Also dafür finde ich... Ne, sag ich jetzt nicht. Das meint das Spiel gleich ja jetzt. Äh... Äh... Versuchen wir mal die Schaufel anzutreten. Ah, wir können tauschen. Also nochmal. Jetzt habe ich einen Bumerang. Das ist schön. Wow. Das ist der Zerbelgrün. Watt. Äh... Das ist aber an sich nicht wild. Weil... Ha. Weißt aber noch nicht, wie ich damit jetzt ins Sinne komme, aber mal gucken. Mach der auch Dinge kaputt, die Frage. Weil dann gäb's ein paar Stellen... Wo ich hinwoll, ne? Sehr gut. Ja, dann... Guck mal nochmal. Und vor allen Dingen, dass auch, ähm... Sowohl der Schuh als auch... Die Schwimmflasse, bei dem alten Spiel... Äh... Auch Items waren, die du ausrüsten musstest. Das waren keine... Items, die du so... Passiv nutzen konntest. Ja, noch ein Herz. Hier. Kommt sie. Das war doof. Ich weiß schon gar nicht alles mehr. Ja. Das ist ja auch schon länger her. Wie miefig ist man unten in das Treppe rauskommen, wenn direkt hier... ... entsteht. Okay, was? Okay, was? 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 Eine Strafe. Oh, oh. Vor allem hat der mir jetzt 40 Strik schon gegeben. Schade, geht nicht nochmal. Das ist ja... Wow. Danke dafür. Hm. Okay. Nice. Ach du blöder Fisch. Ah. Okay. Ach du blöder Fisch. Das war ja klar. Das war ja klar. Das war ja klar. Gab es noch irgendwo Stellen, die wir rüber mussten? Ja, okay. Neun. Okay. Und ich... Oh. Das ist mir dann irgendwas anders als den... ...den... ...Tempel, oder? Oh, oh, oh. 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 Ja, das ist halt blöd, ne? Hi. Bye. Ja, ja. Lass mich alle mal... Well. Immer in Ruhe. Guck mal, warum ich die auch wieder hier näher bekomme. Ja, weil... die ich ja alles also ich war jetzt in jedem dorf in jedem haus ansonsten könnte ich hier unten mal vorbeigucken bei dem ob der noch was will und da mit dem muskel passen ja das ist jetzt blöd jetzt hab ich keine chance mehr dabei naja das ist halt so, will, aui ne will ok der bohau ist eigentlich besser als der enterhaken hätten wir das vielleicht tausend sollen na wohl lieber nicht geht sie noch mal banden ja ja schicksals ak wie komme ich noch mal hin hui lassen sie das bitte wenn du ne wand hast ok der start ist ja gut nice das ist letztlich ganz schön nice ah hier war das doch mit dem schicksals akka wo ich da nicht zum herzcontainer kam da sind die fräger können wir das auch noch wollen das ist jetzt irgendwie ein bisschen mal weg vom mikrofon kann das sein wenn ja tut es mir leid hi ja du bist doch awesome ok dann gib mir halt nicht das was ich brauche da war ich auch schon drin da war ich auch schon drin oder nicht da wirklich machen wir am ende die arbeit in diesem stream ist und schneide alle stellen wo ich runter gefallen bin zusammen einfach weil es mir lächerlich ist kannst du sein ich bin aber dass Die Frage ist, reicht das jetzt hier mit dem Anlauf, wenn ich wieder rüberkomme oder sterbe ich jetzt? Das reicht. Der konnte mir auch nicht helfen, dann gucken wir jetzt in den Löwendorf nochmal und dann bin ich langsam ratlos. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es too late. Hier hatte ich alles, ja. Gut, dann... Kannst du ja wieder tauschen. Ja, ich weiß, aber du müsstest jetzt mit der Türlaufen tauschen. Das ist ein bisschen... Das nervt mich dann ein bisschen. Hier war ich auch definitiv, das weiß ich. Da kann ich mich erinnern. Well... Was haben wir denn hier? Okay, das ist die Fee. Na... Nein. Ich wollte das Herz da haben. Danke. Okay. Dann doch noch kurz nach Mövenorf rein. Oder muss ich wieder irgendwas angeln beim... komischen... Dingens... ran spielen. Ich hoffe nichts. Ich bin noch nie zu Hause, die zwei. Ich kenne jetzt wieder was. Kurz nachfragen, was es ist, wie ich denke, was es ist. Stimmt. Oder auch nicht. Interessant. Ich dachte eigentlich, sie wollte jetzt... ... das Ding haben. Wurscht. Wir haben auch noch den... ... Traum-Tempel hier. Fertig, gerade mal so einen. Den können wir auch noch machen. Vielleicht kriegen wir da ja irgendwas. Vielleicht kriegen wir da die Okarine an. Mal schauen, mal schauen. Bei Angeln des Dickens kannst du vielleicht noch einen Herzcontainer-Teil bekommen. Das ist richtig... ... ach, das dumme Ding ist das. Oh. Geh weg. Ich wusste es. Geh weg. Nee, das war dumm. Oh, da liegt die auch rückwärter wie nah. Oh, das ist doch jetzt... Oh, das ist doch jetzt... Uh, geh weg. Nein. Boah, die Art mit den Gegnern... ... auf dem Level ist doch scheiße. Ja, das ist doch... ... da ist doch... ... da ist doch gut. Nochmal neu. Gehen ganzem Scheiß hier. Und ich krieg von dem verdammt viel Damage. Das nervt mich echt. Hier kann man kurz noch Kerzen auffüllen. Alter Verwalter. Verzweiflung? Nö, das nicht. Hätte ich gewusst, dass der ganze Bereich da so ist, dann hätte ich das ein bisschen intelligenter angestellt. Vor allem nenne ich das nicht Traum-Dungeon, sondern die Albtraum-Dungeon. Die ganzen Viecher da. Die haben jetzt keine Herzen mehr. Boah, das ist jetzt aber gerade ein bisschen anstrengend hier. Ja, dann geh weg. Auch nett. Die dümmen hier anscheinend sehr gut in dem Dorf. Das ist immer kein Gehen. Meist ist Gehen, krass. Also vor allem jetzt 50.000 Witze mit Gehen, nein. Oh mein Gott. Das ist immer schlecht als andere. So. Nochmal den ganzen Triss hier. Gut. Dankeschön. Ich finde, es gäbe hier so ein Abgrund, wo ich die einfach hinpflanzen könnte, damit ich sagen könnte, es ist mir egal, wenn du auf mich kommst oder nicht. Teilen die das, wenn ich springe? Ah, ich wusste es. Geh weg. Geh weg. Der da ist halt echt kacke. Wohl näher eigentlich nicht. Wow. Alter, was? Wie fehlt der noch von dem? Okay, der war kacke. So muss ich jetzt kurz warten. Ich gucke hier mal gerade mal kurz. Nicht. Hm. Äh. Okay, du bist jetzt... Äh, die Aache da... Oh. Nein. Kann man die mit... Kann man die mit Bomben töten? Geht das? Natürlich nicht. Warum auch? Das heißt, du darfst kein einziges Mal runterfallen, weil die ansonsten... Okay. 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 Das krieg ich irgendwie hin. Irgendwie krieg ich das hin. Das war klar. Wenn man die aber auch nirgendwo... Das ist doof. Wenn man die aber auch nirgendwo, wie gesagt, unterschmeißen kann. Geht auch mal da hin. Nee, ich hab da mal stehen. Nee. Also... Das müssten wir erst mal so ein Loch machen, dass... Fuck. Das groß genug ist für die... Wo ich das kommen würde. Ja, schon. Hä? Bald stehen bleiben mit dem Crappling-Hook. Wie zum Geier soll ich das denn machen? True. Und ich weiß es dann, dass wir auch... Smartes Scheiß-Game. Wirklich? Ja. Nur ein bisschen warten hier. Ach ja. Das war dumm. Ja. Der war schon gestern. Vorher. Hilft mir nicht, weil ich die dann trotz mehr verdoppelt auf der anderen Seite. Geht das? Lol. Wie viel da sind? Geh weg. 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 ist auch weg dinge sind ganz schön gut konzipiert holy damn 100 rubine und haben wir dann 1034 schön jetzt kriegen wir die ocarina und dann soll es ein paar lieder lernen können wir uns diesen blöden frosch da und das lied lernen ja nice ja 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 ja